Liebe Freunde, ich möchte euch den Winterarbeitshandschuh von der Firma AMS vorstellen. Hergestellt in Eigenmarke. Das ist ein Winterarbeitshandschuh, der absolut beweglich ist, der schadstofffrei ist. Und dieser Handschuh ist ein Produkt, was unheimlich gut ist in der Fütterung. Und ich habe ihn selber schon angezogen und ich kann Ihnen nur sagen, klasse Preis, klasse Qualität, einfach kaufen.